Los geht's mit weiter geht's, los geht's, weiter geht's, egal, wir spielen Going Mad Evil, nein nicht Mad Eagle und da ich tatsächlich ja eine ultra schlechte englische Aussprache habe, meine Frau zieht mich immer gerne mit dem Spruch auf, my English is not yellow from Zach, habe ich tatsächlich versucht ein Mad Eagle für uns zu finden, ein Copyright rechte freien Mad Eagle, den ich hier in diesem Bild, den ich hier irgendwo oben rechts oder so einblenden kann. Ja, ich hätte gerne so einen gehenden Mad Eagle durch den Wald gehabt, um das ein bisschen zu stilisieren, das hat leider nicht ganz funktioniert, sei es drum, ist nicht schlimm, wir wollen kein Screenshot machen, was machen wir, was machen wir, was machen wir, wir wollen ein bisschen rumbauen, wir haben ja diesen Angriff überlebt und wir müssen in den nächsten Stunden zwei Dinge machen oder folgen, je nachdem wo ihr guckt. Wir müssen einmal oben drauf, das Haus, was ihr jetzt seht, das müssen wir ein bisschen erweitern, hier oben so einen Deckel draufsetzen und Ausgang, ein paar Fallen, also nicht Fallen, sondern Möglichkeiten, dass die sich da verteidigen, das machen wir einmal komplett rum, weil ich Angst habe, dass die bei den nächsten Angriffen schon mit Triburken und oder mit irgendwelchen Leitern oder sowas kommen, weiß ich nicht, müssen wir sehen. Weil wir spielen hier unter Hard, dem höchsten Schwierigkeitsgrad und das ist das nahe Ziel, dann müssen wir irgendwann Waffen produzieren, bessere Waffen produzieren, noch bessere Waffen, wir müssen endlich Eisen produzieren. So, das ist das Fernziel und das ganz, ganz weite Weitziel ist für mich, ich bin ja so ein Fan von einem großen, von einer großen Burg mit einer entsprechenden Burgmauer. Das würde ich gerne bauen und dann würde ich gerne eine Burgmauer bauen, hier drumherum, schön mit Wehrgang oder so. Das ist natürlich unheimlich viel Arbeit, da brauchen wir viel mehr Leute als die fünf, die wir jetzt haben. Das ist so für die Zukunft, ja. Mal gucken, wie lange wir noch spielen, vielleicht gibt es auch dann irgendwann ein anderes Spiel, das werden wir sehen. Ja, gut, also, jetzt gucken wir erstmal hier oben rein, da haben wir unsere Leute drinne, Helvinia ist gerade am Essen, glaube ich. Kochkunst, Meistergeschütz, Meisterschützin, okay, gut, ja. Klimt nach dem Plan, ja, das, wie gesagt, ich kann euch leider meinen Originalspielstand nicht mehr zeigen, der ist a, nicht auf diesem Rechner und b, auch nicht mehr kompatibel. Da habe ich das tatsächlich gemacht, das war so das Ende des ersten Let's Plays, das ich beim Release gemacht habe. Da habe ich wirklich einen Wehrgang gebaut, einmal drumherum, eine kleine Burg in der Mitte und da richtig schön mit Türmchen an den Seiten und einem Wehrgang in diesen, also ich habe zwei Mauern gebaut und dazwischen war ein Gang, den du nutzen konntest und all sowas, ich finde das super klasse, ja. Diese ganzen, diese ganzen versteckten Fallen, das ist für mich Mittelalter. Ja, diese, also nicht einfach nur, keine Ahnung, Metallmauer und dann stehst du in einem Loch und schießt, das ist doch, weiß ich nicht, also, diese ganzen versteckten Fallen, Wehrgänge und all sowas, das ist für mich noch, das war noch Militär, ja, das war noch, das war noch Kunst der Verteidigung und nicht einfach nur eine dicke Metallplatte und ein Gewerner in der Mitte. So, also, gut, wir machen auf jeden Fall weiter, wir lassen weiterlaufen, Forschung verfügbar, hallo, darf es, schön, dass du da bist. Niedrige Nahrungsreserven, genau, da hattet ihr mir gerade einen Tipp gegeben, das müssen wir nochmal ausprobieren, dass ich hier, was hier, ich bin mir nicht sicher, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ähm, 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 ja, einfach draufklicken und Samenzüchten auswählen, ja, Tatsache, guck an, ist das neu? Okay, das ist ja spannend, ihr habt recht, Reif, ah, ha, 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 so, ähm, äh, erklärt sich also dann in Zukunft auch, wie wir das mit den Samen machen, dann gehen wir da wohl auf Samenbildung und da auch und vermehren erstmal unsere Karottensamen. Hier hätten wir nur ein Karottensamen bekommen, wo fällt, ne, 1, 2, 3, 4, ja, vermutlich. Erntephase, 8 Tage, hart. Ja, irgendwann, irgendwann, ähm, ich hoffe so sehr, dass irgendwann Rimworld mal ein 3D-Mod kriegt, einen richtigen, äh, okay, gut, also, das haben wir, habe ich das auch, ich hätte schwören können, dass in der Beginnerphase es hier einfach nur, ähm, 1 zu 1 war und die Dinger einfach nur geerntet wurden, aber sei es drum, egal, wir haben es rausgefunden, ich danke euch und wir haben übrigens, und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, ähm, das, ach, das ist der Typ von Oswald, ich hatte gerade noch geguckt, wir haben hier einen domestizierten Wolf, aber ich habe gesehen, das ist von Oswald, ja, der gehört ja gar nicht zu uns. Gut, mach's gut, Oswald, schön, dass du da warst. Wolltest du mal von unserer, also, bleib bitte von unserer, von unserer, äh, Ziege weg. Ja, Minicule. Das gibt's jetzt, also, gibt's aber gar nicht. Bleib raus, da ist unser Hühnchen. Ne, das ist ein Wolf. Hätte ich ein Hühnchen gekauft? Das ist kein Hühnchen, das ist ein Karottensamen. Muss noch irgendeiner einsehen. Okay, na gut, es ist so, wie es ist. Wir planen weiter und bauen hier oben einmal unseren Wehrgang auf. Ja, das können wir mal gucken, dass wir jetzt weitermachen, die werden mit Sicherheit gleich aufwachen. Und, tja, jetzt müssen wir, jetzt können wir tatsächlich mal überlegen, wie viel Holz haben wir? 83. Ja, wir machen, wir machen hier die Mauern oben drauf. Wir machen das. Einmal noch nicht mehr, bitte. So, jetzt brauchen wir dazu noch, Moment, 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 Stopp, 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 du brauchst doch, bitte danke, da noch eine, ach, verdammt, das geht nicht. Ähm, wieso kann ich denn da nichts bauen? Müssen wir mal gucken. Da? Wieso habe ich denn da keine stabile Struktur? Ach, weil da die, mhm. Da ist die verdammte Tür. Boah, das muss auch erstmal einer wissen, ey. Okay, dann müssen wir hier so einen Deckenbalken bauen. Der natürlich auch nicht funktioniert, weil das zu breit ist. Ah. Dann bauen wir da noch ein, bitte. Das müsste 1, 2, 3, das müsste dann gehen. Ansonsten kommen wir natürlich auch nicht mehr raus hier. Fermentierter Fruchtsaft ist auf dem Lagerplatz, ähm, fermentiert und wurde zu grober Wein. Sehr schön. Die Sauferei kann weitergehen. Das haben wir übrigens, das ist tatsächlich ein reelles Problem. Deswegen machen wir jetzt immer 30, oder 40 fermentierter Fruchtsaft hier. Ähm, das ist schon krass. Das hätte ich jetzt so gar nicht, ähm, das ging tatsächlich vorher, in der, in dem Bild, den ich gespielt hatte. Da wurde direkt Alkohol produziert, in dem allerersten. Aber hey, das ist ewig her. Das ist Version 1 oder so gewesen, nicht 15. Also, fermentierter Fruchtsaft. Wird zu Wein. Richard arbeitet hier, und Richard sollte dafür ein entsprechendes Dachi bekommen. Das ist doch mal wichtig, ja. Machen dem guten Richard eine hölzerne Überdachung. Haben wir auch so eine Weidenüberdachung? Ja. Ja, ja, ja. Ja, mein Richard. Mein Lieber. Mein, mein Richard, mein Schatz. Dahin. Geht nicht. Pass auf. Dann machen wir dir, oh ja, pass auf, wir machen ihn hier. eine Kalksteinwand hin. Da eine Kalksteinwand hin. Die werden wir abrunden, dass das richtig schöne, runde Dinger sind. Und da oben drauf setzen wir das Ding. Geht nicht? Warum nicht? Ach, wir müssen da auch noch so ein Ding... Ah, ja, klar. Katze, wenn du es bist, komm rein. Alle anderen bleiben bitte draußen. Ja. Nein. Okay. Nächster Versuch. Holzbalken. Holzbalken. Nicht genug Ressourcen. Egal. Jetzt aber. Himmel, Herrgott, Richard, Richard, Richard. Ja, das so muck wie das. Gut. Gut. Also. Jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, wie das hier mit unseren Bäumchen aussieht. Der hat... Wann? 10%? Okay, der ist ausgewachsen. 19%. 50. Ja. Einmal weg damit. Der ist tot. Der kann auch weg. Der ist tot. Der kann auch weg. Wer macht das ein bisschen Sorgen? Was da draußen gerade losgeht. Ich hatte ungelogen, ich hatte mal eine Grille. Ich habe hier gesessen, habe gearbeitet und habe immer ein Grillenzirpen gehört. Und das war so unglaublich laut, dass ich mir dachte, was zum Hinkern ist das? Das war eine Grille. Ich meine, ist ja offensichtlich. Ich meine, ich bin ja schon ein paar Jahre älter. Ich kenne Grille. Also keine Brille, eine Grille. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die sich, ich keine Ahnung, und wie die da überlebt hat, die saß hinter meinen Bildschirmen. Also quasi dahinter, also quasi dahinter saß die. Ja? Und zirpte da so tagelang vor sich hin. Und ich saß abgedeilt, mit was wahnsinnig geworden ist. Wo ist der denn? Das kann doch nicht wahr sein. Fenster auf, wenn es dazu. Immer ist dieses Grillenzirpen so laut. Das gibt es doch gar nicht. Regen, Regen nicht. Grillenzirpen unheimlich laut. Ja. Und dann saß das Tier, das Tier hinter meinem, hinter meinem Bildschirm. Passiert. Landleben halt. So. Also, hier wird jetzt mit Kohlsamen produziert. Samenbildung. Sehr geile Nummer. Finde ich gut. Wenn man, man mag, ja, die klopfen schon die Kaffeegeister an die Tür. Ja, ich habe mir diesmal doppelt einen Kaffee gemacht. Der ist auch schon wieder fast leer. So. Baum ist in Produktion. So, wir machen gleich nochmal ein bisschen Pilzernte hier. Oh, das mit den Wegen ist auch neu, oder? Dass sie sich die holen. Weil ich meine, wir sind jetzt im Sommer, wir müssen gucken, dass wir natürlich jetzt so allmählich Richtung Herbst kommen oder sowas. Das können wir auch mal erlauben. Das können wir auch mal uns mitnehmen hier. Da auch. Das sind die ganzen Äste und so. Das ist okay. Das kann ruhig da hinten liegen. Okay. Da wird gebaut. Speedy, mein Lieber. Tu es. Für uns. Für die Kolonie. Sehr schön. Ist das toll. Mauze Miets. Ja. Mauze Miets. Da bist du, mein Schatz. Ja. Wunderbar. Das gefällt mir. Dann können wir hier unten übrigens auch das nächste Gebäude gleich bauen. Wie gesagt, wir haben genug einen Bogenbauerntisch, Tisch für Holzarbeiten. Das sind so Sachen, das bauen wir alles nach draußen. Ich würde allerdings den Bogenbauerntisch, den würde ich hier neben setzen. Da würde ich einen Gucken wir mal, warte. Hat es wartet. Das bauen wir bitte dahin. Und einen Tisch, wo Holz arbeiten, machen wir bitte auch. 60 Holz. Heidwitzka. Das machen wir auch gleich daneben. Dann machen wir dort und dort bitte auch gleich nochmal so ein Ding hin. Zack. Zack. So, das können sie dann auch gleich bauen. Warum mache ich das draußen? Das hat im Prinzip genau diesen Grund, den ich gerade erwähnt habe. Die stellen sich dann da wirklich stumpf hin und schießen da die ganze Zeit drauf und versuchen dann, das alles kaputt zu machen. und am Ende des Tages können wir einfach ganz gemütlich abwarten und gucken, wie die hier diese Steinmauern auf diese Steinmauern draufhauen und einfach uns da hinten hinstellen und piu-piu-piu machen. So ist die Idee. The Real R9. Hi. Danke fürs Folgen. Schön, dass du da hast. So. Das sieht natürlich jetzt halbwegs unhübsch aus, aber das Haus bleibt auch nicht so. Keine Sorge. Okay. Haben wir jetzt hier oben die Möglichkeit, einen Deckel zu bauen. Wir brauchen ja dringend einen Boden. Das geht immer noch nicht. Müssen wir mal gucken, was hier die Struktur sagt. Ach, ich sehe es ja. Wenn die Inventor... Hey, sehen Sie sich das an? Na toll. Meine Frau spielt wieder Minecraft. Wir haben doch hier... Ach, das ist das gleiche... Nee, Moment. Nee. Das ist komisch. Eins, zwei, drei. Das ist doch hier eine stabilen Wand. Stabilität drei. Jede Struktur besitzt einen Stabilitätswert. Der Stabilitätswert bestimmt, ob du andere Strukturen anbringen kannst. Hat ein Stern... Höfen, dass eins platziert wird. Weiter. Du kannst keine stabile Strukturen bei der Stabilitätswert von Null platzieren. Null. Das heißt, drei, zwei, eins, drei, zwei, eins. Das ist die Frage, wie man rechnet. Drei, zwei, eins, null wahrscheinlich. Und dann hätten wir tatsächlich hier keine Stabilität. Drei, zwei, eins, null. Der Balken wird wahrscheinlich auch einen Stabilitätswert von drei haben, würde ich mal vermuten. Gut, steht nicht, wäre aber zu vermuten. Hat denn so eine Holzwand mehr? Müssen wir tatsächlich mal auf die gucken. Hier. Siehst du wohl? Hätten wir mal geguckt. Dann hätte es geklappt, ne? Jetzt müssen wir mal nachzählen. Da. Eins, zwei, drei, vier. Vier, drei, zwei, eins, null. Doof gelaufen. Es ist tatsächlich so. Einfach nur, weil ich hier drin so einen schönen Nebenboden haben wollte. Nur jetzt. Dann ist es so. Dann können wir da erstmal nichts bauen. Was wir aber machen können, wir könnten überlegen, einfach stumpf so einen Holzständer da unten hinzustellen. Muss ich mal gucken, ob ich in der richtigen Etage bin. Nämlich dahin. Das müsste passen. Ich hoffe, ihr könnt das auch hinterher und auch im Stream vernünftig sehen, was ich hier baue. Wenn nicht, dann sagt bitte unbedingt Bescheid. Und da bitte eine Mauer drauf. Gut, haben wir das? Jetzt fehlt uns wieder das Holz. Dann gehen wir mal auf Holzsuche. Da ist einer. Da ist einer. Da, da. Ich fälle jetzt tatsächlich auch erstmal nur die Totenbäume. Oh Gott, da gibt es ja eine ganze Menge hier. Ei, 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 ei. Das ist ja, das ist ja dann doch umfangreicher, als ich das erwartete. Okay, gut, dann haben wir das Teil. Jetzt können wir hier, dann könnten wir hier noch Lehm holen und so. Ah, wenn sie, ja komm, was soll das? Äh, falsch. Das können sie mal alles mitnehmen und bei uns einlagern. Okay. Ha! Da ist er! Von dir habe ich gerade gesprochen, mein Lieber. Nur in guten Tönen. Die Community kann es, kann es hoffentlich bezeugen. Die Knochen brauche ich nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier hin und machen dann weiter. Ähm, und Matrix Online. Äh, cooler Name. Danke fürs Folgen. Hi, schön, dass du da bist. Hast du mit dem neuen Patch dazugekommen? Oh Gott, es, mein Lieber, es gibt so, es gab so vieles. Also, die Mauern sind gleich geblieben. Das ist alles. Also, es sind ultra viele Sachen dazugekommen. Du hattest dein damaliges Let's Play, glaube ich, später gemacht als ich. Es sind zum Beispiel, Samenbildung ist dazugekommen, kann man machen. Es sind verschiedene neue Waffen dazugekommen. Ähm, es sind, äh, einfache psychologische Interaktionen dazugekommen. Regionen sind dazugekommen, äh, über die ganzen Updates. Du kannst jetzt handeln, und, 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 und. Also, es ist wirklich super umfangreich. Es gab zwischenzeitlich, übrigens für einige, auch später bei YouTube, die es nicht wissen, es gab zwischenzeitlich mal eine Mod-Unterstützung. Ähm, die wurde, die wurde aber rausgenommen, weil es, keine Ahnung, ich hatte das damals in den Death Diaries verfolgt, ich glaube, es hat nicht richtig funktioniert, es gab Probleme oder so. Ich weiß es nicht, die wurde dann rausgenommen. Ähm, die soll aber wohl wieder kommen, ja. Ähm, es gibt bei, ich weiß es nicht, glaube ich, Nexus-Mods war es, gibt es auch ein paar Mods oder sowas. Ähm, da müssen wir denn, da müssen wir denn bei Zeiten auch mal gucken. Okay, genau, Tierhaltung ist dazu gekommen, es gibt jetzt hier, ähm, Tiere an sich, waren ja damals schon möglich, aber ihr könnt jetzt Ziegen domestizieren, ihr habt jetzt hier die Möglichkeiten, Drog hinzustellen, da wird dann ganz einfaches Futter reingepackt, ihr könnt hier bei den Ziegen auch sehen, ähm, so diese Standardsachen, ihr habt jetzt Mehl, den könnt ihr zur Käse verarbeiten, was für mich auch neu ist, ist zum Beispiel, da sind wir beim letzten Mal drüber gestolpert, ich zeige euch das mal, die Siedler brauchen ja Schnaps, ja, das ist ja im Mittelalter so gewesen, vielleicht, also, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, ähm, im Mittelalter war das Wasser ja sehr dreckig, weil man ja überall seine Fäkalien verteilt hat, also alle, Tiere, Menschen, alle, und dadurch hat man Wasser quasi, ähm, reinigen müssen, und die effektivste Möglichkeit war es, Bier zu brauen, das Wasser war danach sauber, also haben sie natürlich Bier getrunken, das war aber kein Bier im eigentlichen Sinne, sondern, wir würden heute Plörre dazu sagen, ich weiß es nicht, das hat ja irgendwie ein halbes Prozent oder ein Prozent, naja, das haben die getrunken wie Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, das war für die der Wasserersatz, ähm, und das ist so ein bisschen der Hintergrund, und das, das greift das Spiel auf, dass man hier halt auch entsprechend viele Flüssigkeiten braucht, wir haben hier nur Wein, das produzieren wir hier unten, aber wir machen nur fermentiertes, ähm, fermentierten Fruchtsaft, und der muss dann gären und schlecht werden, das wird hinterher noch ein Problem werden, das heißt, wir müssen im Winter, müssen wir unser Lager beheizen, das ist, das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, da müssen wir unser Lager beheizen, da müssen wir in die Ecke irgendwo so eine kleine Heizung stellen, damit wir dort auch fermentieren können, und das, äh, weiter reift, das Ganze, das ist eine ganz wichtige Sache, so, also, hier oben wird weitergebaut, Tür bitte, und, ein allererstes Dach, das auch mal, damit es auch mal vernünftig hier aussieht, ja, also das sieht ja so ansonsten, so, hier gehören jetzt auch weiter mit dem Dach, dann machen wir mal so ein, und dach hin, und dann können wir mal gucken, ob wir hier vorne noch was reinkriegen, ähm, und dann können wir hier vorne noch was reinkriegen, wir haben jetzt hier einmal den Bogenbauer drinnen, wir haben hier einmal einen Tisch für Holzarbeiten drinnen, wie gesagt, diese Sachen, das stellen wir alles draußen hin, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, wir haben Bücher, Wandregale, Waffenständer, ähm, das kümmern wir, da kümmern wir uns alles drum, wir bauen uns halt nach unten, da gibt es ja auch noch genug Platz, und, was wir noch machen müssen, wir haben eine Tierungsanlage, haben wir das, haben wir das, haben wir, Schlachtbank, ist, ich dachte, läge mit dem, ey, na, Schlachtbank ist hier, wir haben aber keine Tiere mehr, jetzt gibt es hier oben Abendessen, ja, die Hälfte schläft schon, wir müssten hier tatsächlich mal ein paar Fackeln anbringen, hier vorne an dem Ding, das ist sehr dunkel, das finde ich, ähm, ehrlicherweise, doch ziemlich schick, jetzt muss ich mal gucken, wo ich diese Fackel hatte, äh, ja, bei Holzfackeln natürlich, dann Bandfackel, ich würde sagen, wir machen das auf der Seite, und auf, nee, auf der Seite, genau, jetzt ist irgendwas schlecht geworden, oder es hat einer gepupst, man weiß es nicht, gut, also, sie schlafen, dann kann hier morgen weitergearbeitet werden, das sieht doch schon mal, das sieht doch schon mal gut aus, hier hinten gibt es, huchts, wie viel haben wir noch, auf Lager 179, wir haben 131 Fleisch, das verrottet in 10 Tagen, dann ist hoffentlich der Herbst schon, schon da, das sieht gut aus, hier hat schon wieder eine Falle ausgelöst, hier haben wir übrigens auch drauf geschrieben, dass die Leute sich ein bisschen am Riemen reißen sollen, hier bitte nicht angreifen, und aaaah, steht hier drauf, AAS, ihr Lieben, helft mir doch noch mal, was hieß AAS? Was hatten wir mit AAS bezweckt? Ich hätte mir das aufschreiben sollen, ey, meine Güte, Anti-Angriffsstätte, Hans sieht Edda als Freundin, och, Edda mein Schatz, Hans Nerd, jetzt gucken wir mal meine Interaktion an, ich bin etwas hungrig, ich bin hässlich, nee, ich habe eine hässliche Ausstattung, ich vermisse Unterhaltung, Schmerz habe ich keine, och, guck, Speedy, Richard, Edda, ist meine Freundin, und Helvinia ist noch, ist a doll, mein lieber Treborianus, wir hätten übrigens noch die Person hier für dich frei, wäre das was für dich, dann würde ich die entsprechend umbenennen, die geht erstmal in den Keller, das ist sehr gut, wir wollten aber nochmal gucken, dass wir den letzten Tisch kriegen, und im Moment sehe ich hier, keine Notwendigkeit von weiteren, aber, wir haben ja bei der Forschung noch ein bisschen was, wir haben, what, 64? Respekt, wir müssten nämlich, bei der Forschung hier unten grundsätzlich noch weitermachen, wir brauchen nämlich noch einen größeren Tisch, das ist nämlich der normale Forschungstisch, dann gibt es den erweiterten Forschungstisch, und da können wir mal gucken, was wir jetzt wirklich erforschen wollen, das ist einmal Forschung 2, die braucht 30, die ist wichtig, um hinterher, ja gut, Teppichknüpfen jetzt vielleicht, also schon, ist schon wichtig, aber im Moment nicht, der Rüstungsmacher, der kostet auch 30 normale, Imkerei kostet zum Beispiel schon 10, Möbel kostet auch 10, da gibt es vernünftige Betten, Steinbildhauerei kostet auch 5 von den anderen, Verteidigungsanlagen 2 wäre zum Beispiel, eine Metallfalle, Verteidigungsanlagen 1, haben wir aber auch noch nicht, das wäre eine verstärkte Tür, das bringt uns im Moment nichts, hölzerne Falle, das ist 25 Holz, mechanische Komponenten, wenn ich ehrlich bin, dann würde ich gerne, ja, sowas wie Pfeile machen, das wäre ganz cool, dann können wir einen langen Bogen bauen, die sind auch cool, aber ich glaube, wir gehen mal in Richtung der Kartografie, das sind 30, dann hätten wir noch 30 übrig, und dann nehmen wir die Schmelze mit dazu, genau, ja, wir nehmen die Schmelze, und die Kartografie, so, die beiden Sachen, die beiden Sachen nehmen wir bitte, so, dann schauen wir mal, ob wir da einen Schmelzofen reinkriegen, ja, es passt, obwohl ich da tatsächlich, lieber noch andere Sachen rein machen würde, aber wir versuchen das mal, dort, der Seite, da bauen wir mal unseren Schmelzofen hin, hier würde ich gerne, noch ein paar Öfen oder so, zum Haltbarmachen reinbauen, die kommen auch noch, und dann haben wir hier, den Kartografie Tisch, und hier haben wir, die Karawanen Haltestelle, sehr schön, aber den Kartografie Tisch, werde ich als erstes bauen, aber hier, ist Platz vor allen Dingen, das ist sehr gut, hier ist aber nur normaler Boden, das müssen wir noch mal, das müssen wir noch mal, gar nicht, also hier vernünftiger Boden, den brauchen wir ja schon, bevor wir hier was bauen, und dann bauen wir den Kartografie Tisch, jetzt ist die Frage, wie funktioniert der denn, ist das ein normaler Tisch, oder, auf diesem Stabilenstil findet, eine Karte mit einem bekannten Ort, und sie gehen zur Orientierung und planen, müssen wir den irgendwie begehbar machen, ich würde den mal an die Ecke stellen, normalerweise steht man im Mittelalter drum rum, wir sind nicht viele Leute, wir stehen an der Seite, hier, hier vorne, würde ich mal so machen, machen wir mal so, okay, gut, wie sieht es hier vorne aus, es ist soweit alles fertig, das ist noch nicht fertig, haben wir noch genug Holz auf Lager, wie sieht es mit dem Essen aus, wir haben Essen genug, da, okay, ja, gut, habe ich die jetzt geerntet, nein, ich habe die geerntet, ich depp, du solltest die nur schneiden, ach herrje, oder, Moment, oder war die einfach nur schlecht, nee, die kommen nächstes Jahr wieder, jetzt, jetzt, genau, jetzt habe ich die geerntet, jetzt habe ich die geschnitten, das war schon richtig, man, 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 also, es wird, es wird, es wird, es wird, wie sieht es mit unserem Bäumchen aus, 43% haben schon 15 Holz, wir haben auch noch, haben wir noch Holz, sieht nicht gut aus, schon wieder alles verbraucht, ist das sehr unglaublich, nur zu das Dach später als Verteidigungsturm, ja, genau, so ist es, so ist es gedacht, ja, so, dann gehen wir nochmal ganz unten, muss man nämlich unseren, unseren Keller weiter buddeln, oder machen, hier sind wir nämlich bis hinten jetzt vorgestoßen, ich hoffe, das sieht man so ansatzweise, und da unten werden wir jetzt einmal den, Miau, Steinboden weiter verlegen, und wenn der drin ist, dann gehen wir einmal da weiter, so, okay, dann, will ich, will ich hier bitte, ähm, eine Tür, ja, das ist jetzt das Problem, ne, wir benutzen das Ding als Wand, wir können aber hoffentlich den hier abreißen, ich hoffe, da komme ich irgendwie ran an das Teil, ansonsten machen wir einfach die, die und die Wand weg, dann wird das Ding automatisch mit einstürzen, und, das müsste noch halten, ne, wir machen das nochmal anders, wir brechen das nochmal ab, und werden vorher, ach, verdammt, das geht nicht, ach, komm, volles Risiko, weg damit, gucken, ob es klappt, wir werden es sehen, so, eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht, eine, gut, ähm, Siedler sind verärgert, die sind öfters verärgert, das ist so, Mautse Miets, mein Schatz, und wir haben heute noch gar nicht miteinander gekuschelt, Mautse Miets geht nach oben, ach, gucke mal, Mautse Miets, ein Hase, auch das ist ja schön, Mautse Miets, mein Schatz, du holst dir dein Häschen selbst, Bericht, Verbindungsfehler, es tut mir leid, aber dein liebevoller Städtebericht konnte nicht gesendet werden, bitte versuch es erneut, what? Unbekannter Hase tadelt Mautse Miets, und verspottet ihre Zielgenauigkeit, ah, 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 unbekannter Hase tadelt Mautse Miets, und verspottet ihre Zielgenauigkeit, unbekannter Hase wurde von Mautse Miets aufgeschlitzt, Entschuldigung, ja, entschuldigt bitte, man sollte über solche Sachen nicht lachen, aber es ist, ich stelle mir diese surreale Situation vor, da steht ein Hase, vor der Katze, du kriegst mich nicht, äh, unglaublich, so, ähm, nein, also der Fasan war, war uninteressant, aber, solche Spiele sind ja auch immer als Geschichtengenerator da, sie sind ja nicht nur ein Aufbauspiel, sondern ein Geschichtengenerator, wie es in so einer Welt ablaufen kann, ja, das ist ja hier immer, immer das Spannende, so, jetzt wird hier oben gebaut, es gibt hier ein bisschen Licht, da ist alles fertig, und dann können wir hier, blub, schon mal anfangen, bitte, danke, Eisenbarren, Goldbarren, Silbergegenstände, ähm, da brauchen wir 30 Eisenklumpen für, ja, den können wir uns, die können wir uns besorgen, aber das machen wir, bei YouTube in der nächsten Folge. Bei YouTube in der nächsten Folge. Bei YouTube in der nächsten Folge.